«Schlag den Banker» – das Erfolgsformat der Regelbank Menedorf für Alt und Jung. Hier kann jeder mitmachen und unsere Banker schlagen. Im heutigen Duell «Catch den Otter» stehen sich gegenüber… Ich fahre noch nicht so lange. Ich bin jetzt eigentlich auch wegen dieser Challenge drauf gekommen, aber mir macht es richtig Spass. Also ich glaube, ich habe etwas Neues gefunden für mich. Nein, ich würde gewinnen. Logisch. Ich habe extra einen Trainer genommen, dass ich hier voll trainieren konnte. Ich bin am Alltag Biken und bin topfit jetzt. Hallo Jungs, willkommen in der Bike-Halle. Wir haben ein Kunst-Bike, eine gute Bremse. Und zum Freestyle auf dem Bike sind wir wie ein Gorilla. Wir haben Körperspannung, Knie und Ellbogen. Alles klar? Ja, alles klar. Bei den Jungs ist alles klar und super stylisch sehen sie auch noch aus. Da kann nichts schief gehen. Dieses Duell besteht aus drei Teilen. Im ersten einmal Parcours und anschließend fünf Fragen. Im zweiten zweimal den Parcours und dann zehn Fragen. Und im dritten Teil Parcours fahren und sieben Fragen beantworten. Und jetzt wird's ernst. Los geht's! Tim scheint abzurutschen und erwischt nicht den besten Start. Aber der Junge ist topfit und wird sicherlich den Vorsprung von Andi noch aufholen können. Jetzt geht's in die entscheidende Runde. Und es scheint wirklich wieder knapp zu werden. Tim hat's echt geschafft, seinen Patzer vom Start wieder auszubügeln. Sehr stark, mein Junge! Boah! War das knapp! Wie heisst der aktuelle Ärmelsponsor vom Grashoppers Club Zürich? Wie heisst der aktuelle Ärmelsponsor vom Grashoppers Club Zürich? Wie wurde er gegründet? Äh, von Griffith heisst er. Der Vorname? Äh, Charles? Nicht, äh, warte. Also, E. Griffith heisst er. So. Leben gelten. Das war ein englischer Student und hat Tom Griffith gehasst. In welchem Jahr ist der GC zum ersten Mal abgestiegen? 19... 34. Ist das... 1974? Die Saison 1991 und 1992 ist von der Budgetkürzung geprägt worden. Alle Spieler, aussen einer, haben auf die Halskürzung akzeptiert. Welchen Spieler hat sie nicht akzeptiert? Einmal zu Grin. Ich sage den Grin. Wie viele Mal hat der GC den Schweizer Supergap gewonnen? Den Supergap? Oh, den gibt es auch schon lange nicht mehr. Siebenmal. Wie viele Mal? Äh, zweimal. Jungs, Jungs, Jungs. Das ist aber mal eine magere Ausbeute. Nichtsdestotrotz reicht es an dieser Stelle für Tim. Und er fährt buchstäblich den ersten Sieg ein. Ich bin zufrieden fürs Erste. Ich denke, ich kann noch mehr machen. Und die dritte Runde gebe mir noch Vollgas. Ich habe zwei, drei technische Fehler drin. Ich muss sie in der nächsten Runde besser machen. Und ich kann es noch schneller. Wir glauben an dich, Andi. Also, dranbleiben und einschalten, wenn es in Teil 2 um die nächsten Sekunden geht.